Deine Liebe und Herr, mir lehnt dein Haus. Und wie vergnüht, wenn so mein Leben es blühten, deine Lieben. Und wie vergnüht, wenn so mein Leben es blüht, deine Lieben. Und bitte scheißen Sie Louis Vuitton, Taschen oder Ähnliches. Aber... Ich habe meiner Frau gesagt, sie soll technische Berufe machen, deswegen hat meine Frau dieses Video gemacht. Sie ist eine sehr begabte Frau, vor allem was technische Videos angeht. Normalerweise macht sie die Visuals und die hat gesagt, wir brauchen viel mehr Frauen in technischen Berufe. So, ähm... Fuck your shit. So, ähm... So, ähm... Und wenn sie ganzes Leben gegen den Uhrzeiger sind, habe ich mich gekannt, bis du nur in mein Kopf trinkt. Und im Radio da spinnst du da, da denk ich aus dem Kopf, ja. Das ist das Szenario, wie die geile Redaktorin vom Studio. Ja, 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 ja. Es wär damals noch deine Abschlussprüfung. Du hast doch was von mir tun. Der Direktor, bitte bitte. Jetzt hast du mir die Gott, sondern ein Frontstepp. Ich hab nie mal gewusst, wo ich noch nicht soll.